Mit diesem neuen Tool, dem Spannbackenfinder, powered by Hoffmann Group und Schunk, bieten wir Ihnen folgende Vorteile bzw. Möglichkeiten. Das Tool verschafft Ihnen einen Überblick, welche Spannbacken zu Ihrem Drehfutter verfügbar sind. Egal von welchem Futterhersteller, zum Beispiel Schunk, Röhm, Kita-Gawa, SMW und viele mehr. In diesem Spannbackenfinder finden Sie das weltweit größte Programm zu Standardspannbacken mit ca. 1200 unterschiedlichen Spannbacken für Ihre Drehfutter. Zum Beispiel Grundbacken für Keilstangenfutter. Diese Backen zeichnen sich unter anderem durch Ihre sehr gute Qualität aus, wie z.B. geschliffene statt gefräste Funktionsflächen. Für die wiederholgenaue Fertigteilbearbeitung verwenden Sie weiche Aufsatzbacken. Auch hier höchste Genauigkeit durch geschliffene Spitzverzahnung bzw. Nuten. Bei den Krallenbacken für die Rohteilspannung erhalten Sie perfekte Performance, wenn hohe Drehmomente übertragen werden müssen. Und durch die Pendelbacken erreichen Sie höchste Flexibilität. Weitere Vorzüge des Spannbackenfinders sind z.B., dass Sie sehr einfach und schnell zu Ihrer Anfrage bzw. zu Ihrem Angebot kommen. Natürlich auch eine sehr, sehr schnelle und hohe Verfügbarkeit der gewünschten Spannbacken und extrem wichtig eine einfache Navigation, das heißt in nur vier Schritten zum Ziel. Wie bzw. wo finden Sie den Spannbackenfinder der Hoffmann Group? Eine Möglichkeit, den Spannbackenfinder der Hoffmann Group zu finden, ist der direkte Einstieg über die Domain unter www.hoffmann-group.com. Eine weitere Variante ist der Einstieg direkt über die Homepage der Hoffmann Group. Sie navigieren von der Homepage über den Produktbereich Spanntechnik zu dem Button Backenfinder. Die letzte Möglichkeit, die Sie wählen können, ist der Garant Toolscout. Hier erfolgt der Einstieg auch über die Homepage der Hoffmann Group über den Reiter Service zu 360 Grad Tooling. Und dann navigieren Sie sich über den Toolscout zum Spannbackenfinder. Um Ihre gewünschten Spannbacken zu finden, navigieren Sie im Spannbackenfinder der Hoffmann Group wie folgt. Im Auswahlfeld des Spannbackenfinders der Hoffmann Group wählen Sie über die Dropdown-Felder wie folgt. Zuerst den Drehfutterhersteller, zum Beispiel Schunk. Dann im Anschluss den gewünschten Futtertyp, zum Beispiel das NCK Plus, anschließend Ihre Futtergröße, zum Beispiel 210 und abschließend gegebenenfalls Ihre Futterdetails. Wenn all diese Auswahlkriterien erledigt sind, wird die komplette Auswahl aller Spannbacken zu diesem Drehfutter angezeigt. Geben Sie nun noch die von Ihnen gewünschte Stückzahl an und senden Sie uns Ihre Anfrage. Und bitte vergessen Sie nicht, damit wir Ihre Anfrage bearbeiten können, müssen Sie im Hoffmann eShop registriert sein. Überzeugen Sie sich von den Vorzügen des Spannbackenfinders der Hoffmann Group. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.